Herzlich Willkommen im Zimmer 227 im Hermitage Hotel in Cognac. Dies ist wahrscheinlich das kürzeste Hotel-Zimmer-Video, das ich hier gedreht habe. Das ist das kleine, spontanische Bett. Da sind auch schon die Ablegenmöglichkeiten für Koffer und Kameratasche und ein kleiner Flatscreen an der Wand. Ein schickes New York-Bild in Cognac. Gut, passt vielleicht nicht ganz, aber es ist ganz schick. Und dort haben wir das Badezimmer mit Waschbecken und Dusche und die kleine Toilette. Und das war es auch schon hier in Cognac. Wir waren heute bei Kyrosy, hatten eine fantastisch geniale, leckere Verkostung. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Dieses Zwei-Sterne-Hotel würde ich mir durchaus privat leisten. Das ist völlig okay. Es ist nett, es ist schön, es ist fein. Und ja, damit Dankeschön und Ciao und Servus.